Auch zu der gesamten freundlichen Besatzung darf ich mich nun recht herzlich von Ihnen abschieben. Es war uns eine große Freude, Sie heute Morgen nach Hannover begleiten zu dürfen. Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt für uns an Bord. Und wir würden uns natürlich auch sehr freuen, Sie schon einmal wieder auf einem unserer Fliegern begrüßen zu können. Abschließend wünschen wir Ihnen hier in Hannover einen angenehmen und erfolgreichen Aufenthalt oder eine schnelle und freiburgigere Weiterreise. Danke, dass Sie sich für Niki und Evelina entschieden haben. Alles Gute für Sie. Bis bald und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.